Komm mal da von dem Stein hoch. Komm mal da bitte hoch, Tini. Nimm ihn bitte hoch. Anthony. Ja, er muss schnüffeln. Da haben bestimmt irgendwelche Mädchen noch in den Piecht. Ein bisschen interessant ist es ja trotzdem. Ein Baby. Baby rennt erst mal weg. Na komm mal her, Willis. Komm her. Nicht hinsetzen. Tami, du bist doof. Du schießt mir genau in der Linse. Tami. Willis ist noch nicht so richtig überzeugt. Komm mal her, Dicker. Willis. Der ist schwarz groß und hat mir gleich bei der ersten Begegnung mit der Rute vor den Kopf gehauen. Buhn, bist du jetzt fertig? Du nervst. Buhn. 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 Buhn.